So und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Ich sitze hier gerade beim Alex Es ist jetzt Freitag um 19.44 Uhr und wir treffen gerade letzte Vorbereitung vor unserer Longboard Tour Ich habe hier jetzt den Laptop der hier steht vorbereitet Der Alex ist hier noch so ein bisschen sein Longboard am Präparieren das hat auch die Fahrt überlebt Neue Kugellager Er kämpft jetzt mit den alten die offenbar härter sind als Atomschutzbunker In den Kommentaren wurde gefragt In welchen Städten wir denn waren In welchen Städten wir hinkommen In welchen Städten wir hinkommen, sorry Ja Und das switche ich dann jetzt auch um auf die Monitor Perspektive So und da sind wir wieder jetzt in der Desktop Perspektive Ich habe dann hier jetzt die Liste mit den Städten Und zwar das sind ganz schön viele Die hat der Alex mal rausgesucht als er einfach mal auf Google Maps sich gedacht hat YOLO Gib ihm Schreiben wir mal alle raus Und zwar sind das Trostdorf Bonn Königswinter Rolandsegg Rehmagen Linz Linz am Rhein Kenn ich jetzt nicht Linz am Rhein Okay Bad Preislich Bro Lützing Was sind das für Namen? Andernach Neuwind Loll Weißen Hurm Weißen Was? Die Kugellager sind drinnen Die Kugellager sind drinnen Oh Gott Urmitz Kaltingenas Bendirf Sankt Sebastian Koblenz Rehns Rehns war ich schon mal Koblenz auch Aber naja Spell Osterspeil Felsen Boppard Was ist das? Kamponhofen Bad Salzig Boah da Da gibt es einen extra Block Ähm Kestert Hirz Hirznach Alles klar Äh Altdeutsche Namen Sind das Schlimmste auf der Welt Ich schwöre es euch Ähm St. Gore Anderlorelei Ah Das finde ich interessant Urba Oberwesel Kaup Bacarach Raidibach Was sind das denn das für Namen jetzt? Oh ne Scheiß Ich glaube der sieht ein Brötchen Ich brauche eins Brötchen Siehst du deswegen habe ich das Mikro so weit oben Ähm Wo war ich? Niederheimbach Im Bechergrund Trechstingerhausen Also wenn ihr die Namen kennt Werdet ihr die sowieso Lesen Bevor ich so vorgelesen habe Ne Insofern Bringer am Rhein Kempten Ingelheim am Rhein Ein Wunder Ist alles am Rhein Heidesheim am Rhein Heidesheimer Weg Ist das die Stadt? Oder ein Ort Oder ein Ort Wallhof Find ich gut Ist fast ein Ingame-Name Budenheim Budenheim Vierstein Mainz 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 kenne ich Mainz 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 Ja da muss ich hier so eine Szene einfügen Aus Findet Nemo Die ganzen Möwen Mainz Ähm Dings am Main Flörsheim Am Main Oh ja nicht mehr am Rhein Raunheim Kältersbach Und Frankfurt Und dann sind wir hoffentlich am Ziel Innerhalb von 5 Tagen Theoretisch ist das machbar Praktisch Wissen wir noch nicht Wir sind noch nicht da Glaube ich Ja Das sind die Städte Das sind ein paar mehr Als wir Nein sind die Städte Sind auch kleine Ortschaften Und so Aber die haben wir halt eben trotzdem mit In der Liste Und Das war das was auf Google Maps steht Wenn ihr da wohnt Schreibt es in die Kommentare Wir lesen die Kommentare Garantiert Und Da könnte man Treffpunkte ausmachen Es sind so viele So viele Oh ne Ja gut Dann würde ich sagen Ich danke euch Fürs Zuschauen Wenn euch gefallen Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen da Wenn ihr irgendwo da wohnt Schreibt es in die Kommentare Ansonsten Haut rein Macht's gut Bis zum nächsten Video Was ein Vlog sein wird Aus der Longmore Tour Ciao